Unterstützung von den Herren, habe ich dir die Grüße, wer bist denn du? Ich bin der Jack, grüße dich. Der Jack habe ich dir die. Jack habe ich dir die. Einen Applaus für den Jack, bitteschön. Der Jack, der Jack mit Nachnamen Russell, der Jack Russell ist ein Brunzherum. Jack, ich habe eine Aufgabe für dich, das kannst du liegen los und das passt schon. Wenn ich dir das Kommando gebe, Aufstellung, dann machst du bitte so. Alles klar. Und ihr müsst das Pitschen nachmachen. Probieren wir es noch einmal. Aufstellung. Nein, nein, alle, alle. Auch der, die ist da, auf geht's. Jack, du bist da verantwortlich, kem. Alle. Also noch einmal. Aufstellung. Alle. Wenn das Lied losgeht, dann machst du es so. Und wenn ich es so mache, hörst du auf. Jawohl. Das haut dich, oder? Wunderbar. Achtung. Aufstellung. Alle. Eins, zwei, drei. Wunder Jukerze. Ein junger Herr, der heilert oide Schachtel, in der Schachtel, in der Schachtel oder in der Eckehaus. Ein oide Herr, der heilert oide Wachtel, die kann er hämmen oder ein kurziges Haus. Da schockt der Junge hin, ja zu den Beinen. Geht immer ein Junge, dann kriegst du mein Junge, der Junge, der Haus. Geht immer ein Junge, dann kriegst du mein Junge, der Junge, der Haus. Geht immer ein Junge, dann kriegst du mein Junge, der Junge, der Haus. Geht immer ein Junge, dann kriegst du mein Junge, der Haus. Aufstellung! Zauern Jukerze! Das hast du noch nicht kapiert. Wenn ich so mach, ich schluss. Ja, ja, ja. So, wieder da stehen und schön ausschauen. Ja. Zwei goede Freund, die gingen mal zum Saufen und sie gingen halt zum Streibwirt hinein und da drinnen, da fing ich sie an zu raufen. Ja, von die zwei, da kriegt jeder hübsch was drein. Da eine kriegt eine rechte und keine Nase und da andere, die da kriegt ein Kitzflas an, geratschend aus. Geh raus, schnitt aus, geratschend aus, geh gib mir dein Ost, du kriegst von mir ein Kitzflas an. Geraus, schnitt aus, geh gib mir dein Ost, du kriegst von mir ein Kitzflas an. Absolut! Oh ja, Junge! Einen Applaus für unseren Vorglatscher, bitteschön! So, das ist eine super Nacht, da dürft ihr bitte wieder runtergehen. Zwei Handwerksburschen, die lagen im Straßengraben. Zog einer Seelen aus und pass den Baum hinauf. Und beim Andern, da fing es an zu krabbeln. Ja, sauf ein Mädels, weiß mich schon wieder erlaus. Da sagt der Uwe, ich hab dich kurz zu handeln. Geh, gib mir dein Blut, dann kriegst du von mir eine schwangere Laus. Geh, dausch, 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 dausch. Geh, dausch, 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 da Vielen Dank.